Pall Dada sieht den Handball in kritischen Situationen auf dem Spielfeld als gutes Vorbild für Fußballmannschaften. Er habe seinem Team von Hertha BSC gesagt, dass sie etwas davon lernen könnten, berichtete der Coach nach dem 2-2 in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Es gibt im Handball immer Phasen, in denen es nicht läuft. Wie sich Handballmannschaften durch guten Einsatz und Zweikampfführung gegenseitig anpeitschen, das kann der Fußball mitnehmen. Er habe während des Kampf betonten Duells mit dem Revierclub gespürt, dass wir wirklich etwas engagierter als sonst gegen den Ball waren, sagte Dadaj. Handball ist Handball, Kampfsport pur gegen den Ball, mit dem Ball Kunst und Fußball geht auch in die Richtung. Der 42-Jährige stammt aus dem handballbegeisterten Ungarn, seine Ehefrau Monika war früher Nationalspielerin ihres Landes. Bei der derzeitigen Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark belegte Ungarn den 10. Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017